Im Raum der Partnerstätte des Rathauses widmet sich eine Ausstellung dem ehemaligen polnischen Außenminister Wladyslaw Bartoszewski. Unter dem Titel Widerstand der Erinnerung Versöhnung kann man sich dem Brückenbauer zwischen Deutschland und Polen annähern. Die Ausstellung ist in drei Bereiche geteilt. Der Teil Widerstand widmet sich der Arbeit im Untergrund während des Zweiten Weltkrieges. Der junge Soldat der Heimatarmee, Mitbegründer des Hilfsrates für verfolgte Juden, Redakteur konspirativer Schriften, Teilnehmer am Warschauer Aufstand 1944. Nach dem Krieg im Visier der kommunistischen Machthaber. Seine geheime Arbeit für den Sender Radio Free Europe wird ebenfalls dargestellt. Der Teil Erinnerung zeigt die Dokumentation unter anderem der Gräueltaten der Nazis in Auschwitz. Bartoszewski stellte Listen der Terroropfer der Deutschen zusammen, hielt Vorlesungen und veröffentlichte eine Reihe von Büchern zum Thema. Der dritte Teil der Ausstellung umfasst das Thema Versöhnung. Aber auch den Diplomaten, den polnischen Botschafter und den Beauftragten des polnischen Premierministers für internationalen Dialog. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. September zu sehen.